Ho 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 ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch den LH Cosmetics Adventskalender und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Adventskalender Produkt ist im Prinzip kein Adventskalender, das heißt du hast keine Türchen 1 bis 24, Du hast hier vier verschiedene Säckchen. Pro Säckchen haben wir sieben Produkte drin enthalten und bei Purish kosten die 129,90 Euro. Das ist sehr sehr teuer, weil LH Cosmetics auch eine super teure Marke ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten das ein bisschen günstiger zu bekommen. Zum einen hast du die Möglichkeit mit Claudis Welt 10, das ist mein Rabattcode, 10% Rabatt zu bekommen und ich setze euch auch zu allen Tüten, zu allen Beuteln den Link in die Infobox und es gibt auch gerade eine LH Cosmetics Aktion bei Purish, dass ihr quasi drei für zwei bekommt. Also solltet ihr wirklich Bock haben, drei von den Säckchen euch zu bestellen oder halt quasi auf zwei Bock haben, bestellt noch ein drittes dazu, denn ihr bekommt quasi zwei, nein, drei Produkte zum Preis von zwei. Also eins ist dann quasi gratis, das gilt aber für alle LH Cosmetics Produkte. Das ist der Code 342LH, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und nicht nur ich stelle euch dieses Schätzelein vor, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal von Shigitas Place für eine zweite Meinung schaut gerne nach meinem Video auch bei ihr vorbei. Ich habe jetzt auch so ein bisschen in meiner Sammlung gefühlt und habe mir hier so ein paar Produkte auch zusammengestellt, dass ich halt das, was ich schon da habe, auch auf jeden Fall schon swatchen kann. Und genau, weil ich den zugeschickt bekommen habe, also die Säckchen, möchte ich gerne in diesem Video einen selbst zusammengestellten Adventskalender verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Genau, und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Wir haben zuallererst hier das erste Säckchen in so einem schönen Grau. All Eyes on Me Holiday Kit nennt sich das. Und es ist halt schön zum Verschenken. Man kann es halt theoretisch auch als Weihnachtsgeschenk nehmen oder so, ne? Ich werde jetzt einfach mal blind reingreifen und gucken, was wir hier drin finden. Das Größte, was ich hier rausnehme, ist das Shaping Light in Rose Glow. Oh, ist eine Originalgröße mit 25 Millilitern. Genau, das hätte ich auch zu Anfang sagen sollen, ne? Ich möchte in diesem Adventskalender nichts Farbgebundenes finden. Das heißt, ich möchte eigentlich auch kein Bronzer hier drin finden. Ich möchte gerne ein loses Puder finden. Einen Highlighter kann ich mir auch vorstellen. Sowas ist ja zum Beispiel auch ein Liquid Highlighter. Weil man den ja auch Multi-Use verwenden kann. Das heißt, du kannst den auch als Primer verwenden. Du kannst den als Highlighter verwenden. Ich habe den auch in zwei Farben tatsächlich schon da. Und das ist dann jetzt so meine dritte. Und Rose Glow dürfte auch mir passen. Ich möchte keine Augenbrauenprodukte hier dran finden. So wie das letztes Jahr der Fall war. Ho! Wobei man hier tatsächlich sagen muss, dass ich befürchte, dass er mir zu dunkel ist. Ei, 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 ei. Wir müssen mal schauen. Vielleicht wirkt der ja auf der Haut total toll. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, so schaut er auf jeden Fall aus. Und wir sehen, es ist wirklich rötlich. Das meine ich halt mit farbgebunden. Ach Mensch. Und das bei dem Preis ist wirklich hardcore. Ja, wenn ich... Ja. Wenn ich wirklich einfach richtig wütend aussehen möchte, kann ich mir das drauf machen. Ja, als Primer ist er dann halt auch wirklich gedacht. Oder halt als Highlighter. Aber für mich ist der als Highlighter zu rot. Als Blushleiter wäre er mir persönlich halt auch einfach zu dezent. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hm. Startet schon mal nicht so ganz optimal hier. Wir schauen weiter. Da habe ich hier einen Stift drin enthalten. In Sepia. Die sind eigentlich immer toll, weil die sind Multi-Use für Lippen, Augen, Augenbrauen kannst du die halt nehmen. Und du kannst dir damit auch Sommersprossen machen. Oder halt für die Wangen kannst du es auch verwenden. Denn das ist einmal einer von diesen Crayons. Und die sind wirklich klasse, ne. Also die haben eine super gute Haltbarkeit. Und dadurch, dass man die halt auch vielseitig anwenden kann, finde ich auch, dass die in so einem Adventskalender oder in so einem Holiday Kit ganz gut aufgehoben sind. Den kann man safe sogar als Bronzer nehmen, ne. Weil die sind auch so schön cremig und so. Aber halt vor allem kann ich mir den gut vorstellen als sehr besonderen Lip Liner. Oh. Ja, sehr schön cremig und auch ein schöner Braunton. Der könnte auch wirklich bei manchen Haarfarben als Augenfrauenstift funktionieren. Bei mir weniger, ne. Aber als Lip Liner kann ich mir den toll vorstellen. Und auch als Eyeliner. Das ist hübsch. Okay, das waren schon mal zwei Produkte. Ja, schauen wir mal weiter. Fünf haben wir noch vor uns. Das hier sind Lashes und die sind sehr, sehr hübsch. The Lash Bestie. Also schaut definitiv mal bei der lieben Nicole von Shigitas Place vorbei. Die wird es ja auch vorstellen und die kennt sich ein bisschen mehr mit Lashes aus. Ich würde jetzt sagen, dass die hübsch sind, dass die auch sehr wispy sind, dass die so dreidimensional auch sind und das mag ich gerne. Ich finde, dass das Wimpernbändchen auch sehr dünn aussieht und ich glaube, da hat man wirklich seine Freude mit. Ich trage jetzt nicht so wirklich Lashes, aber es kommt ja bald Halloween und Karneval, da trage ich sowas schon. Dann kommen wir zum vierten Produkt und hier habe ich drin die Creator Palette. Wir haben hier eine Lidschattenpalette drin. Das ist natürlich mega. Die müsste ich da haben. Ja, die ist auch richtig, richtig schön, muss ich wirklich sagen. Also so sieht meine aus von außen und so von innen. Das ist eine wundervolle Herbstpalette, aber ich bin jetzt ja nicht so das Herbstmädchen. Ich finde, das ist eine schöne, auch für Herbstmuffel, Herbstpalette, weil die nicht zu dunkel ist. Also das sind super cremige, wunderschöne Töne, wovon ich euch einfach mal hier auch die mittlere Reihe swatche, dass ihr dann da auch mal seht, wie so die Qualität vielleicht ist. Da habt ihr dann direkt einen Matten und zwei Schimmertöne mit am Start und das sieht unglaublich gut aus. Die sind auf dem Auge auch mega. Also kann ich wirklich empfehlen, sich die mal anzuschauen. Ja gut, das swatche ich jetzt auf dem Primer, aber egal. Sehr, 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 sehr nice. Und auch dieser Senfton, ne? Ja gut, da ist jetzt eine feuchte Base drunter. So schaut es einmal aus. Richtig gute Qualität. Also darüber freut man sich wirklich. Ich glaube, das ist auch eines der beliebtesten Sets, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich das richtig gesehen habe bei Pichurisch, dass da auch nicht mehr so super viele verfügbar sind. Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Palette in so einem Kit. Und das gleicht für mich auch so ein bisschen diesen Blushleiter aus. Okay, ich habe hier noch drei Produkte drin. Oh, die Pinsel, Leute, die sind großartig. Da haben wir einmal so einen abgeschrägten Eyeliner-Augenbrauenpinsel. Ich habe mir mal irgendwann das Set gekauft bei Pichurisch und ich verwende sie ständig. Die 333 ist das. Sehr schöner Pinsel. Auch eine richtig gute Qualität hat dieser hier. Damit kann man ganz, ganz toll Lidschatten auftragen. Also da kann man auch wirklich mit den Pinseln direkt die Palette in Anwendung nehmen. Und zu guter Letzt, und das finde ich sehr praktisch, haben wir die Athezif Clear mit dabei. Also mit 5ml, dass du hier auch noch einen Wimpernkleber mit dabei hast. Ich weiß jetzt nicht, wie der von der Qualität her ist. Vielleicht, wie gesagt, kann Nicole da mehr zu sagen. Aber ich glaube, ich werde es echt mal ausprobieren. Denn ich plane so einen ganz speziellen Halloween-Look. Und ja, da könnte das zum Einsatz kommen. Ja, leider geht nicht Claudies Wald 15 übrigens da drauf. Denn wir haben halt aushandeln können, dass wir 10% Rabatt darauf anbieten können. Beziehungsweise Pyrish und nicht die 15%. Aber auf alles andere von meiner Creator-Page könnt ihr nämlich gerade mit Claudies Wald 15 15% sparen. 10% auf den kompletten Sale und auf diesen Adventskalender. Genau. So, das wäre jetzt erstmal so das erste Kit gewesen. Ich persönlich hätte mich einfach viel mehr gefreut, wenn die hier diese Shaping Light in eine andere Farbe reingemacht hätten. Das ist zwar mal was anderes, auch mal was Besonderes. Aber ich feiere die Farbe halt nicht so. Ich glaube auch nicht, dass jeder sich darüber freut. Ich kann es als Primer verwenden, um vielleicht zum Beispiel eine Foundation etwas abzudunkeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Hauslabs Foundation für mich denke. Aber an und für sich ist das schwierig. Das schwarze Säckchen ist das zweite Set. The Classic Look Holiday ist hier die Bezeichnung. Auch hier, wie gesagt, 129,90 Euro. Und wenn ihr das mit meinem Code Claudies Wald 10 bestellt, bezahlt ihr ungefähr 16,70 Euro pro Produkt. Das heißt, es muss dann auch immer ein oder zwei Knallerprodukte hier drin sein. Ich rechne euch aber sowieso die Werte pro Säckchen aus, dass ihr seht, wo ihr auch vielleicht das beste Preis-Leistungsverhältnis bekommt. Und das finde ich interessant. Wir haben hier eine Wimpernzange drin. Eyes Wide Open. Das ist ein Eyelash Curler. Das finde ich richtig cool. Ich verwende auch immer eine Wimpernzange. Ich finde, das macht schon viel aus, ob man jetzt eine verwendet oder nicht. Hier haben wir auch so Ersatzgummis mit dabei. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, man hat die wirklich ständig in Anwendung. Natürlich sollte man sie auch immer wieder sauber machen, weil direkt an den Schleimhäuten, also im Auge. Du hast hier halt auch die Möglichkeit, das Gummi zu wechseln, weil im Laufe der Zeit labbert das so ein bisschen aus. Und wow, die fühlt sich sehr, sehr gut an. Sehr, sehr gut. Und dadurch, dass du halt hier, du hast hier auch guten Halt, da rutscht man nicht so ab, fühlt sich gut an. Ja, geht immer vorsichtig mit Wimpernzangen um an eurem Auge. Ja, aber wie gesagt, wenn man das halt ein paar Mal geübt hat, dann schafft man das auch blind, sage ich mal. Das geht eigentlich ganz gut. Und ja, so eine Wimpernzange hilft auf jeden Fall, dass die Wimpern so ein bisschen mehr Schwung bekommen und den Schwung auch gegebenenfalls halten. Ich kann euch empfehlen, dass wenn ihr eine Wimpernzange anwenden möchtet, dass ihr das so auf ganz leicht feuchten Wimpern macht. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mein, also wenn ich mich schminke, ne, ziehe ich mir einen Eyeliner und dann mache ich mir Setting Spray oder halt Fixing Spray drüber, lasse es ja ein bisschen antrocknen und dann körle ich mir die Wimpern. Die sind dann aber noch ganz, ganz leicht feucht und lassen sich einfach schöner biegen. Das ist ein kleiner Tipp am Rande. Dann greife ich als nächstes hier rein und habe hier einen Infinity Ink. Oh, den habe ich auch noch nicht. Das ist ein Liquid Eyeliner. Das ist spannend, muss ich sagen. Okay, ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie der so sein wird. Ähm, ich mag ja gerne Liquid Eyeliner, die trage ich auch immer wieder. Wir haben hier, yay, eine Pinselspitze. Das ist super, Leute. Ich sag's euch. Das ist meine präferierte Form von Eyelinern. Oh, kann man damit schön malen. Oh, guck mal. Und sollte euch natürlich das ein oder andere separate Produkt hiervon interessieren, könnt ihr auch bei Purish vorbeischauen. Die meisten Sachen gibt es dort halt auch so zu kaufen, ne. Und den finde ich richtig schön. Okay, der blutet gerade ein bisschen aus. Ne, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das heißt, ich muss es nochmal an meinem Auge testen. Also hier an der Seite, da, ne, da sieht man das vielleicht. Wahrscheinlich, weil ich da drunter halt den Primer habe. Und der halt noch leicht cremig ist. Das kann manchmal sein. Und ich natürlich die ein oder andere kleine Falte auf meinen Händen habe. Und da läuft das rein, ne. So, ja. Das ist jetzt nicht so das Knallerprodukt. Aber es ist ein schönes Produkt hier in der Box. Dann machen wir mal weiter mit einem Crayon. Und der ist im Weiß. Oh, okay. Auch den kann man an den Lippen, an den Augen und auf den Augenbrauen. Das ist dann eher so für sehr besondere Looks, ne, an den Augen, äh, Augenbrauen. Aber, ähm, ich kann mir den schön in der Wasserlinie vorstellen, wenn man halt so ein bisschen das Auge optisch vergrößern möchte. Auf den Lippen und auf den Augenbrauen, wie gesagt, eher etwas, was ich dann für, ähm, ja, ne, SFX-Looks oder für, ähm, ja, ne, jetzt nicht Alltags-Looks nehmen würde. So, dann schauen wir mal. Aber Weiß habe ich auch noch nicht von den Crayons. Und die halten einfach so gut. Deswegen freue ich mich auch tatsächlich jetzt so ein bisschen mehr so eine, so eine bunte Farbauswahl davon zu bekommen. Ähm, also, ich weiß nicht, ich kann euch das ja mal zeigen. Ich gehe halt wirklich auch noch relativ leicht drüber. Und man bekommt hier wirklich ein sehr schön deckenden, äh, ja, ein sehr schönes deckendes Ergebnis, ne. Finde ich echt schön. Okay, jetzt muss aber ein bisschen mehr Kabittjes auch kommen, ähm, weil die kosten ja alle gleich viel. Wir haben ja die Infinity Power Lash Soft Volume Mascara drin. Oh, das finde ich schön. Das dürfte auch die Mascara sein, die ich habe. Und dann mag ich sie auch sehr. Infinity Power Lash Soft Volume Mascara. Jo, die habe ich auch da. Und das ist halt so ein Gummibürstchen. Und die macht auch wirklich sehr schöne Wimpern. Die, die Bürste ist auch so flexibel, aber nicht zu flexibel, muss ich sagen. Und, äh, die greift schön die Wimpern und gibt wirklich tolle Länge und Volumen, die, äh, Wimpern. Ja, genau. Mag ich sehr, sehr gerne. Die ist schön. Die ist richtig, richtig schön. Also, cool, dass die hier auch in diesem Adventskalender mit drin ist. Ähm, sehr empfehlenswert. Ich sage auch immer so, solche, solche Mascara-Sachen, ne. Das ist halt auch immer, jeder kann es im Prinzip gebrauchen. Deswegen, ja, es ist sehr universell und kann man gut reinpacken. Dann habe ich hier, oh, den Infinity Highlighter. Ich dachte, der immer, der wäre größer. Ja, vier Gramm sind hier drin enthalten. Ich habe den nie zu Hause gehabt bislang, ne. Das ist jetzt, äh, das erste Mal. Und ich glaube, der ist leider auch gar nicht mehr so wirklich im Sortiment. Ich habe den bei Purish auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber jetzt habe ich ihn. Genau, so schaut er aus. Und ich hatte ihn mir immer anders vorgestellt. Da bin ich jetzt gerade mal ehrlich. Okay. Ja. Ne? Ist wirklich sehr klein. Aber gut, ja, vier Gramm. Was willst du erwarten, Claudi, ne? Dann gucken wir mal. Der ist auch ein bisschen Champagner. Oh, dunkler. Oh. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so viel auf meinen Finger bekomme. Okay. Oh. Oh. Oh, ist der schön. Oh. Aber sehr intens. Da brauchst du nicht viel von, ne? Der ist auch wirklich so ein universeller Ton. Weil der ist für mich auch nicht zu dunkel. Aber ich glaube, für andere Hauttöne ist der auch nicht zu hell. Weil der hat auch was Güldenes mit dabei. Ich meine sogar jetzt auch so ein bisschen rosa hier drin zu sehen. Ganz spannende Farbe, muss ich sagen. Ich glaube, der kann was. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein ziemliches Highlight hier in dem Säckchen hier drin, ne? Finde ich schön. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe noch eins, zwei, drei Produkte hier drin. Oh. Erstmal habe ich den Highlighter-Pinsel hier mit drin enthalten. Ich glaube, den habe ich gar nicht in dem Pinsel hier drin gehabt. Das ist die 306. Und damit kann man auch wohl den Highlighter richtig schön auftragen. Der scheint auch so ein bisschen nach oben so zu gehen. Oder ist es, weil der halt quasi in einem Säckchen war? Das weiß ich nicht. Schaut auf jeden Fall richtig schön aus. Und ich kann mir auch damit sehr gut vorstellen, unter den Augen so abzupudern, ne? Schöner Pinsel und passend in dem Set natürlich. Dann haben wir hier auch noch mit drin enthalten den Glazed in der Farbe Sweet. Oh, die sollen auch richtig schön sein. Ein Highshine-Lipgloss, damit man wie einen glasierten Donut quasi mehr oder weniger seine Lippen hat. Finde ich sehr spannend. Habe ich auch noch gar nicht, glaube ich. Nee. Habe ich immer nur bei anderen gesehen. Das ist jetzt auch wirklich eine komplett transparente Farbe. Das heißt, da muss ich jetzt kein Swatch von machen. Da habe ich aber von vielen gehört, dass es ein ganz, ganz toller Gloss sein soll. Und der wird auf jeden Fall auch mal ausprobiert. Aber macht jetzt beim Swatchen keinen Sinn. Da kann ich euch sagen, das ist ein klares Produkt. Und dann habe ich hier auch noch in einem richtig krassen Rot, und zwar der Farbe Anger, einen von den Cranes. Und die sollen übrigens bis zu 24 Stunden halten und wasserfest sein. Das finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Und du kannst es auch komplett auf die Lippe auftragen. Das heißt, theoretisch braucht man dazu gar nicht unbedingt ein Lippenstift. Man kann aber natürlich auch den Lipgloss so leicht drüber tupfen. Dadurch minimierst du aber so ein bisschen die Haltbarkeit, ne? Also wenn du es wirklich langanhaltend haben möchtest, die Farbe finde ich toll, dann würde ich empfehlen, den halt solo zu tragen. Und wenn man das Ganze halt, ja, angenehmer auf den Lippen haben möchte, weil man vielleicht nicht so gerne matte Lippen mag, macht es dir durchaus Sinn. Wenn man, wenn man, wenn man, ich bin gerade ein bisschen geflasht, wenn man den Solo trägt. Oder ich habe vergessen, was ich am Anfang gesagt habe. Wow, das ist intensiv. Also ich glaube, dass beide Boxen sehr schön sind, aber ich würde tatsächlich sagen, dass mir die erste eigentlich irgendwie ein bisschen besser gefällt. Weiß ich nicht. Ich finde, beide haben so ihren Reiz, ne? Also schöne Produkte sind auf jeden Fall drin enthalten. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ja, beide haben ihren Reiz. Das kann man, ja, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Äh, aber ich bin noch nicht so, dass ich sagen kann, das ist jetzt die beste. Weil, ne, wobei, ich glaube, die zweite war besser, weil diese Shaping Light im Prinzip nicht mit dabei war. Wobei das, da haben wir die Lidschattenpalette, ne? Hm, schwierig. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die, das Säckchen Nummer drei. Genau, ähm, hinlegen. Da habe ich dann zuallererst ein großes Produkt drin, und zwar das One Set Subtil Glow Setting Spray. Okay, oh, oh, das ist ein anderes als das, was ich habe. Wie cool. Ich habe nämlich eins, was einfach ein wundervoller Setting Spray ist, ne? Das On Set Long Lasting Setting Spray. Das macht halt wirklich, dass das Make-up länger hält. Und hier haben wir dann scheinbar auch noch ein Glowy Finish mit dabei. Oh, das finde ich toll. Ich sammle übrigens auch jetzt so ein bisschen, dass ich euch vielleicht mal ein Full Face von LH Cosmetics schminken könnte. Komm, vielleicht dann demnächst nochmal. Das finde ich toll. Also ich habe es tatsächlich auch noch nicht bei Purish gesehen. Und wir werden hier auch sicherlich in diesen Säckchen das ein oder andere neue Produkt drin finden dürfen. Keine Kugel, okay. Aber, ne? Mal schauen, wie der Sprühnebel ist. Das interessiert mich schon. Komm, das gucken wir uns mal an. Sehr fein. Genauso wie bei dem anderen auch. Wenn ich mir das hier draufsprühe und das ein bisschen trocknen lasse, können wir ja gleich mal gucken, ob wir hier wirklich auch ein Glowy Finish dann haben. Jetzt ist es erstmal nur nass, ne? Genau. Stell ich mir mal zur Seite. Der Duft ist halt angenehm, leicht zitrisch. Genau. Also wie wir das halt auch so von dem anderen, glaube ich, kennen, ne? Dann gehen wir mal weiter. Hier habe ich den Glow Ariser in Self Love drin enthalten. Auch das ist eine Originalgröße mit 30ml. Ich habe den Glow Ariser, aber ich weiß nicht, ob ich die Farbe habe. Den hatte ich mir mal gekauft. Ne. Ich habe den in der Farbe Me Time. Und Me Time passt mir eigentlich recht gut. Weil das hier ist nochmal ein bisschen mehr ins Peachige, ne? Ich glaube, der ist ein bisschen dunkler. Ich swatch euch einfach mal meinen, okay? Weil meinen werde ich ja auch safe behalten. Und dann kann ich euch das mal zeigen. Das ist sehr, sehr pearly. Auch das kannst du als Primer verwenden. Würde ich jetzt auch so machen. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Liquid Highlighter verwenden. Und wobei der halt auch seinen Glow mit dabei hat, ne? Aber ich finde ihn eher pflegend. Und er hat einen Glow mit dran. Ja, so ein bisschen. Aber es ist für mich halt eher ein Primer. Genau. Ist auch ein bisschen silikonig, so vom Feeling her. Also, ne? Hier hast du dann einfach nochmal eine etwas peachigere, eine etwas dunklere Farbe. Aber wie man hier ja sieht, du hast hier eigentlich eher so einen Hauch von, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie krass deckend, so wie bei den Shaping Lights. Die sind deckender. Die sind stärker pigmentiert. Und genau. Hier haben wir halt einfach eher so einen Primer. Deswegen ist das auch wirklich universeller anwittbar. Dann habe ich hier als nächstes Produkt den, das ist natürlich interessant, weil wenn du dir jetzt theoretisch das Säckchen 1 und 3 zusammengekauft hättest, würdest du hier einmal in Sepia den Lip Crayon haben oder den Crayon und dann noch den Majestic Lipstick. Luminous Lipstick with buttery texture and balm-like comfort. Der ist nämlich hier auch in der Farbe Sepia. Da gucken wir mal, wie gut die beiden auch so zusammenpassen. Den habe ich nämlich nicht in der Farbe da. Ich habe den in einer anderen Farbe. Der Cherry ist hier bei mir. Und die sehen wunderschön aus, ne? Von mir aus hätte Linda Harberg hier definitiv noch eine etwas hochwertigere Verpackung machen können. Es sieht wunderschön aus, aber du hast halt hier oben wirklich diese Plastiktülle. Und das ist ein sehr schöner brauner Ton. Und der Bullet sieht wunderschön aus, ne? Das ist schon so eine Schokolippe, die man sich damit machen kann, würde ich sagen. Und durch diese interessante Form kommst du auch wirklich überall an deine Lippen dran. Ach, interessant. Doch, die beiden passen sehr, sehr gut zusammen. Das ist quasi eine Farbe, ne? Also da kann man dann quasi über den Sepia Lipstick das Ganze nochmal hier mit diesem cremigeren Lippenstift toppen. Fühlt sich auch sehr angenehm auf den Lippen an. Riecht auch leicht, 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 leicht süß. Also nicht so super intensiv. Von dem Fixing Spray. Ja, ich habe hier tatsächlich auch so ein paar Glitzerpünktchen. Das muss man mögen, ne? Ich hatte erst gedacht, dass es dann vielleicht so ein Dewey-Finish gibt. Aber es gibt halt wirklich eher so vereinzeltes Sparkles auch noch. Ich glaube, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Dann schauen wir mal hier weiter. Da habe ich drin das Gläuel. Auch das soll super sein, habe ich gehört. Ja, das ist, glaube ich, transparent, ne? Mit 5,95 Millilitern. Lippenöle sind immer so ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege. Und finde ich jetzt sehr, sehr schön. Ich verwende immer Lippenöle, also ständig. Sowohl während meiner Make-up-Routine, dass ich dann quasi auch... Jetzt klebe ich meine Haare an dem Setting Spray. Sodass ich da dann auch quasi eine Lippenpflege mir nochmal gebe. Bevor ich dann halt wirklich Lippenstift oder Liquid Lipstick auftrage. Als auch so im normalen Alltag, ne? Habe ich immer bei mir eine Jackentasche drin. Genau. Und dann schauen wir mal, wie das so aussieht. Und... Also da haben sie alle von geschwärmt. Und ich habe es noch nicht da gehabt. Also wirklich, ne? Jenny hat davon geschwärmt. Kati hat davon geschwärmt. Ich glaube bei Nicole habe ich es noch nicht gesehen. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Auch das ist einfach ein klares Produkt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Es kommen viele aktuell ja auch mit Lippenölen gerade raus. Aber das macht durchaus Sinn, finde ich, ne? Weil das einfach so das Alltagsprodukt und gleichzeitig Schminkprodukt ist. Drei Sachen habe ich hier noch drin enthalten. Ähm, einmal habe ich hier Mattetake einen Primer drin. Das ist einmal dieser hier. Ich meine, dass ich den letztes Jahr im Adventskalender auch drin hatte. Habe ich den denn noch da? Ne, weil er mir halt auch einfach zu matt war, ne? Da greife ich halt viel, viel lieber zum Glowarizer. Ähm, genau. Also wer halt matte Primer mag, wird damit seine Freude haben. 25ml haben wir hier drin. Ich bin halt eher so ein Fan davon, wenn man halt so glowy Skin hat. Alles ein bisschen belebter bekommt. Weil ich bin ja einfach von Natur aus eher trocken unterwegs. Ich bin ja in der Trockenflamme. Und dann macht es mehr Sinn, wenn, für mich persönlich, wenn ich da einfach nochmal mehr so Glow reinbringe. Ach, interessant. Wir haben hier nochmal ein Majestic Luminous Lipstick drin. Und das ist jetzt die Farbe Light Beige. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, ich hätte mich gefreut, wenn wir hier, wobei wir ja auch bei dem Nummer 2 hatten wir ja auch zwei von den Crayons drin, ne? Und bei dem 1 hatten wir zwei Pinsel drin. Okay, du hast dann pro Säckchen dann auch zwei ähnliche Produkte. Okay, das hätte ich aber cooler gefunden, wenn die hier dann vielleicht nochmal irgendwie was anderes reingemacht hätten, um das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Ähm, der wird jetzt so ein bisschen in die Leberwurstrichtung sehen, wenn ich das richtig sehe. Äh, Leberwurstrichtung gehen, Entschuldigung. Der Kopf sitzt ein bisschen dicht. Gucken wir mal. Ja, das kann man auch super mit dem Crayon in Sepia kombinieren, wenn man sich halt wirklich so eine etwas hellere Lippe machen möchte. Mein Vibe ist es nicht unbedingt, ne? Das sieht bei mir halt wirklich A, Leberwurst oder B, wasserleichen mäßig aus. Das möchte ich nicht riskieren. Deswegen wird der auch, glaube ich, nicht unbedingt bei mir bleiben. So, dann kommen wir mal zum letzten Produkt aus Säckchen Nummer 3. Und da haben wir The Other Sponge. Oh, den müsste ich aber noch da haben. Ah, nee. Ich habe den einen, aber nicht den anderen. Das heißt, diesen hier habe ich noch gar nicht. Ähm, der sieht auch wunderschön aus. Ich liebe Schwämmchen. Ich verwende auch gerne Schwämmchen. Ich finde Schwämmchen in einer Make-up-Routine immer sehr wichtig. Manchmal trage ich komplett meine cremigen Texturen auch nur mit dem Schwämmchen aus. Äh, auf. Manchmal auch nur mit dem Pinsel, je nachdem, ne? Und so schaut der einmal aus. Ich finde, dass er wirklich einfach anders aussieht. Klar, wir haben ein rundes Schwämmchen mit einer abgeschreckten Seite. Aber du hast hier unten auch noch das, äh, halt so, dass er stehen kann. Ich persönlich denke mir einfach, ja gut, äh, hätte ich jetzt nicht so gebraucht, weil was willst du damit auftragen? Klar, gut, cremige Texturen kannst du damit auftragen, ne? Gehst du in dein Creme-Produkt rein und kannst es so aufstempeln. Ja, okay. Ist ein schöner Schwamm. Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Und das ist jetzt quasi das Set Nummer 3. Auch ein schönes Set. Ähm, das ist jetzt eher lippenlastig, ne? Da hatten wir, glaube ich, gar nichts für die Augen mit drin. Das heißt auch Make-up mit Skincare. Ah, okay, interessant. Ja gut, ne? Kann man machen. Ähm, wäre jetzt aber nicht mein favorisiertes Set. Würde ich jetzt einfach mal so dazu sagen. Jetzt schauen wir mal in das letzte Säckchen. Denn hier haben wir die Nummer 4. Das ist das Give Me More Sparkle Set. Uh, das ist natürlich das, was wahrscheinlich ganz weit oben bei mir auf der Liste stehen wird. Als erstes haben wir hier einen Powder Puff drin. Der sieht auch noch richtig nice aus, ne? Ich hab den auch da. Ich zeig euch mal, wie meiner aussieht. Wobei, meiner ist, glaube ich, kleiner, oder? Ne, der ist, ne. Der ist einfach nur schon sehr viel verwendet. Gerade frisch gewaschen. Ähm, das ist nämlich das Ding. Du kommst hier zwar rein, um das Schwämmchen hier drin immer wieder auch gerade zu machen. Habe ich jetzt hier aber in dem Fall natürlich nicht. So schaut meiner aus. Und der hat halt hier diese Reverse-Klappe. Was ich persönlich gut finde. Weil viele Schwämmchen haben es halt nicht. Und, ähm, bei den meisten Schwämmchen, die du in Waschmaschine und Trockner packst, verschiebt sich halt dieses Inlay immer wieder. Und hier hat man einfach die Möglichkeit, das dann einfach neu auszurichten, ne? Das ist halt bei den anderen nicht so gegeben. Ähm, aber ich finde dieses Schwämmchen sehr schön. Ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Ich mag die Größe und ich mag auch die Spitze davon. Du kommst damit sehr gut. Jetzt habe ich es auch mal ein bisschen hergerichtet. Auf jeden Fall, ähm, kann man da entweder so direkt mit seinem Finger reingehen, was ich sehr nice finde. Weil damit hast du viel besser die Kontrolle. Oder du kannst halt hier mit drei Fingern reingehen, um das komplett festzuhalten, wenn du hier so dein Gesicht abpuffeln möchtest, ne? Aber ich mache das tatsächlich meistens so, dass ich hier mit zwei Fingern reingehe, um dann halt unter meinen Augen und um meine Augen drumherum das Ganze zu setten. Sehr schöner Powderpuff. Also da freut man sich meiner Meinung nach echt, wenn man sowas auch in dem Adventskalender findet, ne? Ähm, dann mache ich mal weiter. Hier sind auch ein paar größere Sachen drin. Ähm, oh, da haben wir die Siren Song Palette drin. Ich glaube, das ist von Sarah Isabel so mit eine der Lieblingspaletten. Das ist eins von diesen Quattros und das müsste ich hier auch noch haben. Ja, das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Und da meine ich, dass sie auch mal gesagt hat, dass sie das fast täglich in ihrer Zeit angewendet hat, wo sie ja ihr Praktikum in der Schule hatte. So schaut das einmal aus. Und, ähm, diese Farben sind so krass. Ich switch euch einfach alle davon. Die kannst du solo auf dem... Ups, du musst ein bisschen aufpassen, offensichtlich. Ja, Lure ist hier auch gerade schon richtig abgegangen. Ähm, die kannst du super solo auf dem Auge tragen oder in Kombination einfach mit einem Bronzer. Ja, weil die sind Duochrome und die haben einen Mega-Effekt. Jede einzelne dieser Farben für sich. Also das ist so, so, so schön. Aber die sind sehr lose hier drin gepresst, damit man halt so richtig Kabittjes bekommt, ne. Das sieht natürlich hammermäßig aus. Also Sparkle, ja, definitiv, ne. Swatche ich hier unten mal hin. Würde ich euch empfehlen, auch mit einem Glitterglue aufzutragen. Dann, ähm, bekommst du A, mehr Wumms aufs Auge und B, hält das Ganze dann auch einfach besser. Und, äh, wie gesagt, einfach mit dem Finger aufs Auge streichen. Schon hast du einen Mega-Effekt. Und, ähm, so schauen dann die Swatches dazu aus. Das ist schon sehr, 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 sehr schön, ne. Jetzt sieht man den hellen nicht mehr so gut. Mache ich das denn jetzt am besten vom Stuhl fallen oder ich mach's so? Ich weiß es nicht. Naja, ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch und schön, dass dieses Quattro mit drin ist. Wir haben bei dem ersten halt so diesen rosa-weiß-Shift. Bei dem zweiten haben wir den grünen-gräulich-bräunlichen-Shift, würde ich sagen. Dann haben wir diesen lila-blau-Shift. Und dann haben wir ein orange-pink-Shift. Also, total crazy. Erst mal eine Hose abputzen. So läuft das hier. Okay, ups. Dann habe ich hier das nächste und das ist ein Crayon in Risha. Oh, den müsste ich haben. Denn das ist einer von den Crayons, die auch so sparkly sind. Oh, schönes Set. Crayon in Risha. Genau. Hier wird gesagt, du kannst es sogar für die Augenbrauen verwenden. Ich weiß Bescheid. Ich meine, dass es der ist. Wie gesagt, hier stehen ja auch keine Farben drauf. Das ist immer ein bisschen schade. Aber ich meine, dass das hier Risha ist. Und ich swatch euch meinen mal. Das ist einfach so schön. Und den kannst du so toll in Kombination mit der Siren Song Palette verwenden. Seht ihr das? Der ist wahnsinnig hübsch. Wahnsinnig hübsch. Auch der hat nämlich so einen Shift. Und der hat halt diese krasse Haltbarkeit. Den kannst du dir theoretisch auch als Base auf dein Auge machen. Hier so außen und in eine Lidfalte zum Beispiel reinblenden. Und dann halt quasi diesen Grünton. Ach Quatsch, falsche Palette. Diesen Grünton und vielleicht dieses Rosa. Damit kombiniert nur den Grünton und dieses Orange Pink. Das ist richtig abgefahren. Okay. Ein bisschen was haben wir hier noch drin. Offensichtlich. Ich lege das mal eben zur Seite, dass ich das hier auch gleich auseinanderhalten kann. Hier haben wir die Infinity Power Lash Lengthening Mascara. Die ist nochmal ein bisschen anders als die Soft Volume, die ich euch eben gezeigt habe. Bei der Soft Volume haben wir nämlich so eine ganz leicht angedeutete Erdnussform. Das ist bei der hier nicht so. Und ich finde die hier auf meinen Augen auch nicht so schön. Also die habe ich auch schon mal gehabt. Die hat sich bei mir leider nicht so schön gemacht. Weswegen ich die dann auch quasi, ja, ich glaube auch sortiert habe. Oder aufgebraucht. Ich weiß es gerade gar nicht so aus dem Stehgreif. Auf jeden Fall mochte ich die nicht so gerne wie die Soft Volume. Die finde ich viel, viel besser. Das ist halt eine Mascara. Und Mascara ist natürlich in dem Zusammenhang hier richtig gut aufgehoben. Noch weiß ich nicht, was dieser Powderpuff hier drin zu suchen hat. Vielleicht so als kleiner Tipp, dass er hier mit reingebracht wurde, dass wenn du halt die Siren Song Palette verwendest und ein bisschen Faller dadurch bekommst, dass man sich einfach sein Puffelding nehmen kann. Und damit das Ganze hier unter den Augen zum Beispiel wegmachen kann. Habe ich hier zum Beispiel auch, dass ein bisschen was abgestempelt hat. Du kannst hier oben auch damit korrigieren. Das ist immer ganz leicht machbar. Vielleicht deswegen ist es mit drin. Ich weiß es nicht. Drei Sachen habe ich hier noch. Einmal ist das hier der Sparkle in der Farbe Adore. Oh mein Gott, ja, diese Sparkles, die sind auch so, 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 so toll. Ich gucke mal, ob ich genau den habe. Adore habe ich nicht. Das heißt, den werde ich euch mal swatchen. Der geht mehr so in die rosane Richtung. Das heißt, der passt dann auch ganz gut zu diesem Lila zum Beispiel. Und diese Sparkles, die halten euch. Die könnt ihr auch quasi im Innenwinkel richtig gut verwenden. Wobei der hier wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel dafür ist. Du kannst ihn als Lidschattenprimer verwenden. Du kannst ihn solo als Lidschatten verwenden. Einfach, weil der halt auch so haltbar ist. Der kriecht hier nicht irgendwie durch die Gegend. Und deswegen mag ich die auch wirklich gerne. Und du hast da Ewigkeiten was von hoch. Also, bis der mal irgendwann aufgebraucht ist, das dauert. Aber wie schön ist die Farbe. Und das hier in Kombination mit dem Lila und mit dem Rosa hier. Die beiden mit dem Adore. Ich glaube, das kommt richtig gut. Der ist halt mega, ne? Und die haben halt alle auch ihren Shift so mit dabei. Hier sehe ich auf jeden Fall bläuliche Sparkles. Ich sehe rosane Sparkles. Ich sehe da so viel Schönes. Und das, oh mein Gott, ja. Richtig, richtig geil. Und wenn das trocken ist, das hält wie eine Eins, ne? Also, das muss ich gleich auch richtig hier schön mit Dabble Cleansing alles abschminken. Sonst funktioniert das hier nicht mit uns. Okay, zwei Sachen habe ich hier noch drin. Zum einen ist es der Velvet Couture Liquid Lipstick. Oh, in der Farbe Deep Nougat. Da muss ich mal gucken. Ich habe nämlich auch die ein oder andere Sache hier. Okay, das ist Nougat. Das ist eine etwas hellere Version davon. Das heißt, das hier ist ein Tick, aber auch nur ein Tick dunkler. Da macht es für mich jetzt nicht so viel Sinn, den jetzt auch noch aufzubewahren, ne? Nee. Ich glaube, Nougat hatten wir in dem Adventskalender letztes Jahr drin enthalten. Ich kann euch Nougat hier mal swatchen. Dann könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, dass Deep Nougat dann nochmal ein Tick dunkler sein wird. Aber nicht viel, ne? Ich mag Nougat sehr, sehr gerne. Und weil das ist halt eine wunderschöne, neutrale, kühle, braunfarbe, ne? Und wie gesagt, Deep Nougat ist dann nochmal ein ganz kleines bisschen dunkler. Und ja, das ist halt für mich ein sehr, sehr schöner Braunton. Das muss ich wirklich sagen. Ich trage halt nicht so häufig braune Lippen oder dunklere Lippen. Das heißt, dieses hier, dieses, wie heißt du, Siren? Nee, Sepia ist schon hart an der Grenze, aber ich finde es wunderschön, ne? Aber das hier ist halt so meins, ne? Wenn ich Schokolippen trage, dann hätte ich hier. Okay, einen habe ich dann hier noch am Start. Und zwar ist das hier ein Gläuel Plus. Oh, mit 5,5 Millilitern. Okay, das wird dann halt auch so ähnlich wie das Gläuel sein, was wir eben hatten. Aber irgendwie nochmal plus, was denn? Plumping and pH Reactive. Okay, das muss man wissen, dass das Ganze dann quasi auch noch einen Plumping-Effekt mit dabei hat und nicht nur ein reines Lippenöl ist, ne? Das ist vielleicht für die ein oder andere relevant. Ich kann ja immer eben gleich auch auf meiner Haut testen, was das bedeutet mit dem pH Reactive. Wird das dann pink? Ich hoffe nicht. Ja, so schaut das aus. Das ist in so einer matt-tob-gräulichen Verpackung. Und, oh, das ist sausüß. Und das ist hier schon rosa. Oh, oh. Dann gucken wir mal, wo gucken wir denn? Wo habe ich denn noch gar nichts? Hier habe ich noch gar nichts, ne? Mache ich hier mal drauf. Ob das seine Farbe jetzt wirklich groß verändert? Das ist ja, ne? Reagiert mit dem pH-Wert der Haut. Oh, es wird schon rosa. Ein bisschen. Aber nicht so wie diese Essence-Geschichten, würde ich mal so sagen. Die sind halt so richtig pink dann bei mir. So, das hier wäre dann quasi das Sparkle-Set. Das Glowing-Set. Ich glaube auch, dass das Glowing-Set so mein Favorit wäre. Ja, doch, das geht klar. Ja, ich glaube wirklich, auch wenn die Mascara jetzt nicht meine absolute Lieblings-Mascara von LH ist, dass das vierte Set mein persönliches Favoriten-Set wäre, wenn ich mir das jetzt hier nochmal angucke. Auch wenn ich bei dem zweiten Set sowohl meine Lieblings-Mascara als auch den speziellen Highlighter drin habe. Also bei den beiden schwanke ich ein bisschen, muss ich gestehen. Ich glaube, wenn ich mir zwei Sets kaufen würde, wäre das quasi das Set Nummer zwei, wo ja auch die Wimperzange mit drin ist, und das Set Nummer vier, wo wir die Siren Song Palette mit drin haben. Gut, wenn man sich jetzt noch ein weiteres dazu kaufen würde, wenn man jetzt halt diese Drei-für-zwei-Aktion macht, würde ich mir wahrscheinlich, wenn ich persönlich jetzt noch gar nichts von LH Cosmetics hätte, das erste Set wahrscheinlich kaufen, und ich glaube, das dritte Set ist so mein Set, wo ich sage, ist nicht mein Liebstes. Wobei da das Fixing-Spray auch mit bei ist, was ich ja richtig geil finde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Set ist euer Lieblings-Set? Was findet ihr am coolsten? Wie gesagt, die Links dazu sind in der Infobox, falls euch eines davon interessiert, oder mehrere, ne? Es gibt die Drei-für-zwei-Aktion mit 342LH bei Purish, und ihr könnt, wenn ihr euch halt die Sachen so kaufen möchtet, oder die Sets so kaufen möchtet, mit Claudies Welt 10, 10% drauf sparen. Schaut dazu in meiner Infobox vorbei, alles ist dazu verlinkt, und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, für dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!